Lieutenant, ich habe mir überlegt, auch wenn wir nicht zu Hause sind, sollten wir trotzdem Weihnachten feiern. Aber wir können uns doch gar nichts schenken. Warum geht es doch auch gar nicht? Ich möchte, dass du dir unsere Reise für einen Moment wie so eine Sendung im Fernsehen vorstellst. Du magst doch sowas. Eigentlich nicht, ich halte sowas für Zeitverspendung, wie auch immer. Jedenfalls gibt es doch in den Staffeln dieser Sendungen immer wenigstens eine Weihnachtsfolge. Ja, ich habe uns Glühwein organisiert. Wo hast du den denn her? Nenn es einfach ein Weihnachtswunder. Nein, ernsthaft, Commander, wo hast du den her? Herrgott, du kannst einem aber auch jedes Mal die Stimmung versauen. Das ist kein Glühwein.